Hallo liebe Forger zu einem neuen Video zu Forge of Empires. Heute wieder vom Beta-Server. Warum vom Beta-Server? Weil in ca. 5 Minuten, ja 4 Minuten 20, das Halloween-Event startet. Das Halloween-Event war mein zweites Event, was ich überhaupt gespielt habe. Also letztes Jahr im September habe ich begonnen zu spielen, aber auch noch nicht auf dem Beta-Server, sondern das war dann schon auf dem Live-Server. Und das Event davor, das Herbst-Event, ja, da habe ich die Erntescheune auf Stufe 1 geschafft. Dann habe ich zwei, ein Weizenfeld und zwei andere, komme ich jetzt gerade gar nicht drauf, die die Forgepunkte produzieren. Und ja, also die Ausbeute war im ersten Event noch ein bisschen gering, aber beim zweiten habe ich es geschafft, das Haus des Wolfs zu erspielen. Und nach wie vor ein sehr starkes Event-Gebäude, vor allen Dingen für die Dimension, die es nur hat, wirklich sehr gutes Gebäude. Deswegen, ich bin gespannt, was es jetzt dieses Jahr an Belohnungen gibt, welches Gebäude wir gemeinsam erkunden dürfen. Ich habe mich jetzt insofern auf das Event vorbereitet, dass ich zum einen die Ereignisse seit gestern nicht mehr gesammelt habe. Ja, also ich habe jetzt hier noch sieben Stück offen. In der Hoffnung, direkt, ja, von dieser Event-Währung auch wieder was in den Ereignissen zu erhalten. Ich weiß, es ist zwischendurch mal eine Diskussion, ob nicht schon vorher, vorher bestimmt ist, was in den Ereignissen ist. Nein, ist es nicht. Also ich habe das seit Monaten in jedem Event so angewendet. Und es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo ich das einsammle, oder ja, da wird im Prinzip entschieden, was soll denn eigentlich der Preis sein. Ja, oder zumindest wird es, ich sage mal, so festgelegt, dass es durch ein Event beeinflusst werden kann. Also das ist definitiv so. Meine Stadt ist mittlerweile nicht mehr so schön und aufgeräumt. Also ich muss ja auch unbedingt noch mal ein bisschen was umbauen. Das werde ich bestimmt in absehbarer Zeit tun, vielleicht noch heute. Ich muss mal schauen, wie ich es zeitlich schaffe. Da würde ich dann auch ein Video zu veröffentlichen. Ich habe schon mal zur Stadtplanung ein Video gemacht. Aber ich denke, das noch mal so jetzt live mitzuverfolgen, weil ich auch aus dem Herbst-Event noch jede Menge Dinge habe, die ich hinstellen kann und ich eigentlich auch den Platz dafür nutzen möchte. Ja, wird da auf jeden Fall noch was passieren. Ich möchte jetzt nur vorher nicht zu sehr darauf eingehen, weil es ist ein anderes Thema. Ja, von daher, ich bin gespannt, wie es mit dem Event läuft. Man konnte im Forum schon sehen, dass es möglicherweise oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Kalender gibt. Das Halloween-Event ist ja sehr identisch mit dem Event, was wir im, ja, ich glaube im Mai oder so hatten, das Archäologie-Event. Also von der Spielmechanik her genauso. Und da gab es ja auch diesen Kalender. Und jetzt sind wohl auch schon so entsprechende Dinge aufgetaucht, die das nahe legen. Spannend wird es natürlich, ob man auch hier wieder den Tipp von Muincat anwenden kann. Beim Archäologie-Event war es ja so, dass man diese Scherben gesammelt hat. Wenn man das, ich sage mal, clever gemacht hat, also wenn man die zeitlich gesehen vernünftig genutzt hat, dann war es auch tatsächlich so, dass man den Kalender voll bekommen hat. Also es war letztes Jahr im Winter-Event, meine ich, ja sehr, sehr schwierig. Also da war das wirklich eine Herausforderung. Ich meine, es war das Winter-Event und ich glaube, das hat auch so gut wie keiner geschafft, außer man hat jetzt irgendwie Diamanten eingesetzt. Aber mit dem Tipp von Muincat, was das Archäologie-Event angeht, war das tatsächlich machbar. Ich habe es auch geschafft. Also ich konnte auch den Kalender voll spielen. Ich meine, man hat dann nochmal ein Upgrade-Kit bekommen fürs Hauptgebäude oder so und noch weitere Belohnungen. Also da waren entsprechende Belohnungen drin. Ja, und deswegen sind wir gleich mal gespannt, wie es hier aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so direkt herausfinden kann, ob das denn so funktioniert. Aber da werdet ihr auf jeden Fall im Laufe des Events noch eine Nachricht zu bekommen. Im Zweifel einfach hier auch so ein bisschen die Kommentare verfolgen unter diesem Video. Wir haben noch 20 Sekunden. Das ist ja wunderbar. Ja, wir sind gespannt. Also dann in dem Moment, wo das Event losgeht, würde ich tatsächlich jetzt, vielleicht haben wir schon den positiven Effekt, ich würde mal die Ereignisse dann einsammeln. Ich würde einfach aber auch nochmal dann die Seite refreshen, also das Spiel neu starten, in dem Moment, wo es losgeht. So eine Sekunde und zack, Halloween ist da. Roll up, roll up. Ja, also Tickets muss man erhalten oder bekommt man durch das Erledigen der Quests. Die Tickets kann man im Werkzeugladen, ja, wieder für verschiedene Werkzeuge einsetzen. Das kennen wir ja auch aus dem, vielleicht aus diesem Event oder aus dem Archäologie-Event. Dann gibt es noch diese Pumpkins. Ich bin echt am überlegen, wie die jetzt nochmal auf Deutsch heißen. Ja, ihr wisst es bestimmt. Egal. Vielleicht komme ich noch drauf. Ja, und man kann damit auch das tägliche, also den täglichen Preis gewinnen. Und es sind auch noch entsprechende, ah, Lightbulbs. Also ja, es sind diese Lampen, diese Glühbirnen versteckt unter dem Nebel. Und indem man die sammelt, bekommt man den großen Preis. Da sind wir mal gespannt, was das ist. Okay, was haben wir hier noch? Rare Toys, also seltene Spielzeuge. Suche im Nebel. Okay. Ah, die Optional Questline. Ja, okay. Ja, kennen wir auch. Hatten wir auch im Event, im Archäologie-Event, wo man nochmal weitere Quests erledigen kann, bekommt mehr Preise dadurch und so weiter und so fort. Man kann hier einen Special-Preis bekommen. Man kann einen einzigartigen Sticker jeden Tag finden. Oder man kann einen Joker benutzen. Kalender, da haben wir es. Complete the calendar to gain a special award at the end of the event. Also ganz am Ende kann man dann nochmal einen Spezialpreis gewinnen. Also jede Menge Preise. So, jetzt. Ah, hier ist schon. Der ist jetzt eingeblendet. Ich mache einfach mal den hier gerade. Starten einmal das Ding neu. Ah, da war das Gebäude. Okay, gut. Jetzt zeigt uns die nette Hand hier schon, wo wir hinklicken sollen. Machen wir aber nicht. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir Glück haben hier. Ob man schon irgendwas einsammeln kann, was uns im Spiel geschehen, na, was habe ich gesagt? Zehn Tickets. Also, jetzt habe ich es nochmal nachweisen können. Jetzt haben wir zehn Tickets bekommen. Ich hatte 100, ah, ja. Ich hatte 120 zu Beginn. Jetzt habe ich insgesamt 30 Tickets nochmal gesammelt, ohne dass ich wirklich viel dafür getan habe. Jetzt holen wir uns den noch mit. Und dann haben wir noch so ein Tippi-Zelt oder sowas. Da ist es. So, okay. Blau-Pause. Auch nicht schlecht. So, jetzt würde ich gerne mal ganz kurz hier reinschauen. Denn, so, die 60 holen wir uns auch noch mit. Jetzt haben wir schon so gut wie gewonnen. Acht Forge-Punkte ausgeben, das kriegt man gleich hin. Also, Ziel ist es natürlich wie immer, möglichst schnell die Rush-Quest zu erledigen. Wir gucken mal ganz kurz. Also, es gibt diesen Horror-Zirkus-Selection-Kit bei der fünften Quest. Es gibt 300 Tickets extra bei der fünfzehnten. Es gibt von dem Event Hub, also dem Hafen oder Hub. Ich weiß gar nicht, ob sie es in Deutsch auch so übersetzt haben. Die Erweiterung, das bedeutet, nach dem Event bekomme ich dann eine entsprechende Belohnung. Wenn ich das geschafft habe, dann bekomme ich makabererweise bei der vierzigsten Quest 666 Tickets. Und dann mit der einundfünfzigsten Quest nochmal ein Horror-Zirkus-Selection-Kit. Schauen wir uns dieses Ding doch mal an. Okay, besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 Upgrade-Kit, Sekunde. Das war jetzt Quatsch. Nur die Level 1 zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, also es gibt fünf verschiedene Gebäude. Das ist ein Set-Gebäude. Das heißt, wenn ich das entsprechend aneinander klatsche, dann bekomme ich umso mehr Bonus aus der ganzen Geschichte. Es sind die üblichen Verdächtigen, was die Boni angeht. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, ich gucke nochmal ganz kurz drüber, dass es auch was für den Angriffs-Boost gibt. Das ist ja für viele Spieler, die schon etwas weiter sind. Hier habe ich einmal die Verteidigung der angreifenden Armee, die ich hier bekommen kann. Vielleicht über ein Upgrade. Müssen wir jetzt gleich mal schauen. Wir gehen die mal durch. Schauen wir mal hier. Level 2. Okay. Okay, die Produktion wird größer. Alles klar. Wo waren wir gerade? Wir waren Clock Town Upgrade-Kit. So, Helter Skelter Upgrade-Kit. Was haben wir hier? Okay. Güter, Forge-Punkte, Medaillen. Ja. Wie üblich, glaube ich, bei den Halloween-Gebäuden ist es so, dass die auch Begeisterung stehlen. Also hier in dem Fall 90. Sollte hoffentlich kein Problem sein. Wenn ihr damit zu kämpfen habt, dann schaut mal, ob die Straßen irgendwie verbessert werden können, gegen welche, die dann auch Begeisterung bringen. Oder Alcatraz ist halt eigentlich die Wunderwaffe gegen den Mangel an Begeisterung. Ja, hier geht es im Prinzip jetzt auch nur noch weiter. Das ist halt alles, was jetzt blau dargestellt ist. Das ist die Verteidigende Armee. Ja, das ist nicht uninteressant, aber auch nicht so mega gut, wie ich finde. So, und dann haben wir noch Wheel of Death. Okay. Das Rad des Todes. Vier Forge-Punkte, sechs Medaillen. Und dann haben wir noch hier, ja, sieben Prozent Verteidigung der angreifenden Armee. Also es ist nichts, was mich im Angriff unterstützt. Also im Angriff der angreifenden Armee. Ja, das ist uns dann jetzt klar. Ich denke, da wird es interessante Kombinationen geben, wie man das Ding stellen kann. Ich persönlich finde es nicht so interessant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe, was hatten wir eben gesagt, fünf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann habe ich jeweils, das war jetzt jeweils ein Upgrade-Kit. Also ich müsste zehn Kits haben, also beziehungsweise fünfmal das Gebäude setzen und dann fünfmal upgraden. Zwei bekomme ich hier aus dem Quest-Verlauf. Das heißt, ich muss noch acht Stück einsammeln. Ja, ich habe mit Absicht übrigens auch eben hier keine weiteren Dinge aktiviert, denn ich kombiniere gerne Quests miteinander. Wir schauen mal rein, wie das Ganze aussieht. Ja, das sind die entsprechenden Werkzeuge, die ich einsetzen muss, um diesen Nebel zu beseitigen. Hier oben bei jeweils 20 Glühbirnen gibt es halt einen großen Preis. Ja, das ist ja auch nicht unüblich. Also direkt der erste große Preis nach 20 wäre halt ein Circus Selection Kit. Dann ist es der dritte, der fünfte und so weiter und so fort. Ja, also ich muss acht Stück sammeln. Dann ist ja auch klar. Ah, okay. Und dann ist es auch nochmal teilweise hier in diesen Daily Specials mit drin. Ja. Ach so. Ne, das ist das Gebäude aus dem letzten Jahr. House of Horrors. Ja. Ja. Wenn man das natürlich nochmal stellen könnte, halte ich das ja eigentlich schon für den interessanteren Preis. Ich vermute, ja. Ja. Also man kann einmal täglich den Preis, den täglichen Preis wechseln. Ich würde es wieder so handhaben, dass man nur dann spielt, wenn der tägliche Preis euch gefällt. Wenn der euch nicht gefällt, könnt ihr ja einmal wechseln und schauen, ob es dann interessanter wird. Also da würde ich schon, das würde ich schon machen. Und dann kann man sicherlich auch im Nebel wieder die entsprechenden Werkzeuge finden. Grundsätzlich nur mal ganz kurz erklärt. Wenn ich eine einsetze und das kann ich ja jetzt schon machen, das gibt er mir ja vor. Jetzt sammle ich noch eine ein. Kürbis. Jetzt fällt es mir auch ein. Pumpkin. Ja klar, Kürbis. Ja. So. Jetzt kann ich den im Prinzip einsammeln. Ich habe jetzt hier eine siebenprozentige Chance, House of Horror Selection Kit zu erhalten. Werde ich bestimmt nicht bekommen. Sondern dann lieber die Medaillen. So. Und jetzt habe ich ja auch keine andere Wahl, als mit erstmal mit der Kerze weiterzumachen. Die Taschenlampe löst eine ganze Reihe. Ich zeige es euch mal, denn es macht vermutlich eh an der Stelle schon Sinn. So. Und alles, was jetzt frei liegt, das kann ich im Prinzip einsammeln. Also ich halte jetzt hier ein Kalenderspecial. Ja. So. Da müssen wir auch gleich noch reingucken. Daily Sticker. Dann habe ich eine Taschenlampe und dann habe ich noch eine Glühbirne. So. Und jetzt kann ich mich ja im Prinzip entscheiden, wo geht es jetzt weiter. Ich kann mir immer von der Reihe vorher schon anschauen, welche Rotten Pumpkin, also ein vergammelter Kürbis. Ich kann mir jetzt im Prinzip anschauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass ich jetzt das Selection Kit erhalte. Und Lightbulb ist klar, das ist ja das Werkzeug. Ja. Muss ich im Prinzip immer den Weg für mich gehen, der am interessantesten ist. Wenn ich zum Beispiel sage, für mich ist dieses, Entschuldigung, House of Horror Selection Kit nicht interessant. Und ob ich jetzt fünf oder zwei Forge-Punkte extra bekomme, das juckt mich auch nicht. Dann könnte man durchaus hier schon den unteren Weg gehen. Ja. Um es einfach nochmal komplett zu machen. Die Laterne, man erkennt das hier schon, die ermöglicht im Prinzip das Freiräumen von, was sind es, drei, sechs, sieben, acht, neun. Ja, nee, acht eigentlich. Denn der in der Mitte muss ja frei sein, sonst kann ich den nicht setzen. Den könnte ich zum Beispiel einsetzen, wenn jetzt über der Glühbirne, ich kann jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, also hier an der Stelle, auch ein Preis wäre, dann würde er nämlich oben diesen Rotten Pumpkin freilegen und auch den Preis darunter. Also an der Stelle jetzt macht dieses Werkzeug hier gar keinen Sinn. Ja. Wir schauen uns den Kalender gleich noch an, aber wir gehen jetzt mal, wir bleiben mal ganz kurz bei den Werkzeugen. Hier ist es halt so, dass ihr wieder entsprechend auch einzeln die Werkzeuge kaufen könnt oder im Set. Ihr habt immer die größte Ausbeute, wenn ihr euch die Tickets anspart und dann dieses große Set kauft. Also das würde ich jetzt auch heute probieren, die Tickets insoweit hochzuspielen, dass ich auf 395 komme, also knapp 400, damit ich das hier kaufen kann. Dann habt ihr einfach die größte Ausbeute, kommt am weitesten. So. Und jetzt gucken wir noch in den Kalender rein, der blinkt schon die ganze Zeit. Ja. Also hier habe ich jetzt einmal erst Toy Collection, also wenn ich diese, hier sehe ich auch die Belohnung, die ich dann erhalte, ne, wenn ich die alle durchgespielt habe. Also wenn ich jede Questline einmal durchgespielt habe, erhalte ich dieses, ähm, dieses, äh, diese Sammlerbelohnung. Äh, ist einmal die Medina, ach, das ist die, ja, Medusa-Verschnitt. Dann bekomme ich 10 Laternen, 10 Taschenlampen, 30 Kerzen. Ja. Ähm, diese Rush, äh, diese Quests, ja, ähm, ob die sich jetzt für euch lohnen oder nicht. Also wenn ihr dafür jetzt irgendwie viele Werkzeuge ausgeben müsst, um die, ähm, Spielzeuge zu bekommen, diese Püppchen oder Bären oder was es sind, dann kann man sich das überlegen. Wenn ihr die aber sowieso jeweils spielen könnt, dann nehmt euch das mit. Ähm, also ihr erhaltet ja auch wieder Tickets aus, aus diesen, äh, aus diesen Quests, die ihr schafft. Ähm, ja, also ich, ich, ich würde, ich glaube, ich würde schon drauf anlegen. Also ich würde schon versuchen, alleine schon wegen den Tickets, die ihr zusätzlich bekommt. Und hier der Kalender, ja, den ersten habe ich jetzt. So, jetzt kann ich hier, find a sticker in the fuck each day to open a daily slot. One slot with poker sticker pieces. Okay. Also, ähm, ja, ich kann jetzt hier im Prinzip, das ist der Kalender, 21 Tage dauert dieses Event. Und im Nebel kann ich jeden Tag einen Sticker finden. Ähm, und man kann mit dem Joker-Sticker, äh, ja, die Tage dann freischalten, die man, wo man keinen anderen Sticker bekommen hat. Also, bestimmt auch im Nachhinein. Ja, und die hier, dieser Joker, der muss halt voll sein. Also ich muss dann fünf Joker-Teile finden und dann kann ich einen Tag freischalten, ja. So, den schalten wir jetzt schon mal frei. Jetzt bekomme ich 800 Medaillen. Den haben wir hier drin. So, und jetzt würde ich heute sowieso nicht weiterspielen, bis ich im Zweifel ein zweites Teil davon bekomme. Ja, und morgen, ähm, also das, das war ja auch so dieser, dieser Tipp aus dem, ähm, aus dem, äh, ja, ihr wisst es. Archäologie-Event von Muincat, ja, dass man, ähm, zwei erspielt, also, äh, und den zweiten aber frei liegen lässt, ja. Außer, ich habe jetzt natürlich irgendwie hier, ich sage, boah, dieses Daily Special, das muss ich mir jetzt unbedingt mitnehmen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach mal ein paar Quests miteinander. Ja, also hier sollte ich jetzt acht Forge-Punkte ausgeben. Ja, das kriegen wir hin, ja. Jetzt könnte ich natürlich erst mal gucken, ob ich hier, wer weiß, wie häufig wir das jetzt machen müssen. Deswegen würde ich jetzt hier auch mal in meinem wiederkehrenden Quest einstellen. Gibt 25 Forge-Punkte aus, wer weiß. Wenn da ein paar zusammenkommen, 38 sogar mittlerweile, okay. Gut, so, acht Forge-Punkte, die hauen wir mal hier rein. Dann habe ich die erste geschafft, bekomme 40 Tickets. So, das ist jetzt auch easy, ja. Also, man soll die Leute, äh, enthusiastisch machen, ja. Ähm, also begeisternd, begeistert sollen die sein. Das hat man in der Regel ja immer erreicht, ansonsten hat man ein Problem. Und dann soll man noch Vorräte bezahlen, in meinem Fall 22.000. Das holen wir uns mit. Eine kleine Armee besiegen. Da müssen wir gar nicht lange nachdenken. Nachdenken. Dann sollen wir Münzen bezahlen. Ja, also die ersten Quests gehen schon mal ganz gut runter. Für den Forge-Punkte kaufen kriegen wir hin. Wir sollen ein Produktionsgebäude unseres Zeitalters bauen. Da schauen wir doch mal ins Inventar rein, was wir haben. Ich bin im Hochmittelalter. Early Middle Ages ist da ein bisschen schlecht. Ich muss wahrscheinlich High Middle Ages. Vorratsgebäude, aber also nehmen wir eine Farm. Kriegen wir die irgendwo hin? Nein. Aber. Aber, aber. Aber, gleich. Jetzt mal, wie gesagt, das ist im Moment ja echt Kraut und Rüben, leider. Verzeiht mir das. Dann holen wir uns die Farm. Den Bauernhof. Pflanzen den einmal dahin. Dann sollen wir noch die 5 Forge-Punkte kaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Quests miteinander, damit ihr vielleicht auch so ein bisschen jetzt mal seht. Okay, das ist jetzt blöd. Eine Stunde. Also ich muss jetzt 1-Stunden-Produktion 8-mal abschließen. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viele frei. Ich bin nämlich gerade noch dran für meinen Daily Quest. Das hatte ich heute Morgen schon gestartet, diese 4-Stunden-Produktion zu machen. In weiser Voraussicht würde ich noch Schmieden hinsetzen. Ich habe ja Platz. 8-mal eine Stunde. Ich habe, wie viel habe ich frei? 4. Dann machen wir hier noch und hier. So. Die brauchen jetzt, wie lange brauchen die, um gestellt zu werden? 20 Minuten. Also in 20 Minuten kann ich die Quest starten. Ich könnte natürlich auch schauen. Supply Boost. Ja, 6 Stunden. Das brauche ich jetzt eigentlich an der Stelle nicht. Ich bin jetzt fast auf meinen 395. Also ich habe jetzt fast die 395 Tickets zusammen. Wenn ich jetzt noch, weiß ich nicht, 25 Stück bekomme, dann geht es halt weiter. Ja. Aber gut, das könnt ihr euch ja auch, das brauche ich euch nicht vormachen. Also ich würde tatsächlich empfehlen, dass ihr immer die Tickets so lange zusammenspart und dann immer nur die Werkzeuge kauft aus diesem Set. Ja, also dann habt ihr einfach am meisten davon. Natürlich kann man auch wieder Tickets kaufen. Ganz klar. 200 Diamanten für 40 Tickets. 700 Diamanten für 150 Tickets. Und 1.995 Diamanten für 500 Tickets. Jeweils hier 7% Rabatt. 25% Rabatt. Ja. Wenn ich vorhabe, mir das Gebäude nochmal hinzustellen. Das Horrorhaus. Das ist so in den ersten Stufen. Wie viel hat das nochmal insgesamt? Das hat gar nicht viele. 7 Stufen hat das. Nein. Doch. 7. Also bis Stufe 6. Okay. Das ist ganz nett. Und dann kann ich mich ja hier entscheiden zwischen dem Haus des Clowns. Dann bekomme ich neben den Standardsachen 15 Güter, 4 Forgepunkte, 1950 Supplies, also Vorräte. Ich habe Bevölkerung. Ich bekomme Abwehr der angreifenden Armee. Im Übrigen ist das Gebäude 3x4. Ergo 12 Felder groß. Es gibt das Haus des Dämones. 5 Güter, 6 Forgepunkte, 1840 Vorräte. Also das ist dann eher auf die Vorratsproduktion bezogen. Und dann das Haus des Wolfs. Das bietet jetzt hier in meinem Zeitalter, wo ich bin, 7%. Und das ist eigentlich das Interessante, 7% der angreifenden Armee an Kampfboost. 7% Verteidigung. Das haben die alle. Aber dieser Boost ist halt interessant. Also hier bekomme ich 2 Forgepunkte mehr. Hier bekomme ich 10 Güter mehr. Ja, also Supplies sind eigentlich zu vernachlässigen. Also auch wenn ich im hohen Mittelalter bin oder im Hochmittelalter bin, dann sollten eigentlich die Vorräte auch kein Problem mehr darstellen. Also ich würde mich tatsächlich auch mit meiner Hauptwelt vermutlich wieder hier auf dieses Gebäude stürzen. Also das würde ich dann noch ein zweites Mal stellen wollen. Ich kann mal ganz kurz schauen. Ich bin auf der Hauptwelt Odrova, habe ich es ja stehen. Da bin ich jetzt im Industriezeitalter. Und ich meine, ja, ich kann es auch anders machen. Das ist eigentlich Quatsch hier. Jetzt, wenn ich am Handy noch zwischendurch gucke. Wollen wir es denn stehen da? Also ich habe jetzt, ja, 9% habe ich jetzt im Industriezeitalter. Wir schauen uns das Ding mal ganz kurz an. Einfach so als kleinen Refresh. Haus des Wolfs. Ja, wo ist denn? Ach da, das ist alles. Okay, ja gut, die sind eh identisch. Also das ist hier irgendwie ein Anzeigefehler. Da werden die Grafikdateien nicht ausgespielt. Aber ihr seht ja hier, also Venus zum Beispiel wäre es 15% Angriff. Und das ist bei einem Gebäude 3x4 brutal. Ja, also ich vermute, wenn ich mich da so mit dem ein oder anderen Spieler auch austausche, die auch in der Venus sind, die werden wahrscheinlich dann auch entsprechend möglicherweise sogar Diamanten einsetzen, um das Ding noch ein, zwei oder zweimal, zweimal stellen zu können oder so. Es ist natürlich immer eine ganz persönliche Entscheidung, welches Gebäude nehme ich da jetzt mit. Also ich finde diese, persönlich dieses Setgebäude jetzt nicht so mega interessant. Da jetzt irgendwie so ein paar Forge-Punkte und keine Ahnung und ein bisschen was an Münzboost und Verteidigung und so. Also hätte das jetzt irgendwie auch den Effekt, dass ich wirklich stärker werde im Angriff, was in späteren Zeitaltern auch immer wichtiger wird, dann kann ich, dann sollte ich darüber nachdenken. Aber so haut mich persönlich dieses Set jetzt nicht so vom Hocker. Also da finde ich das aus dem letzten Jahr einfach deutlich interessanter. Das wäre dann auch meine Wahl. Also dem würde ich dann, da würde ich dann spielen. Deswegen sieben Stufen, sieben Daily Specials sollten zu machen sein. Also dann kriegt man das auf jeden Fall ein zweites Mal zusammen. Achtet auf die Tickets. Mit dem Kalender habe ich eben schon einen Hinweis gegeben. Ich kann jetzt natürlich trotzdem hier noch die Lampenlaternen verballern, die ich hier gerade habe. Ich gucke mal ganz kurz. Also hier waren es jetzt die Forge-Punkte, Horror-Horse-Selection-Kit. Ja. Also der Vorteil, wenn ich das mitnehme, ist, ich habe eine Glühbirne. Und die Glühbirne ist ja für, das war hier, ne? Nein. Sekunde Glühbirne. Ach Quatsch, Glühbirne ist Hauptpreis. Ja. Okay, also so oder so. Hier komme ich im Prinzip in der großen Preis-Quest-Reihe weiter bei den Lampen. Und hier habe ich jetzt, heute sitzt aber auch tief. Und hier habe ich die Möglichkeit, Forge-Punkte alternativ zu erhalten. Pest oder Cholera, wie ich finde. Intuitiv würde ich jetzt mal hier drauf gehen. So. Hier zum Beispiel würde ich jetzt auf jeden Fall auch, ihr seht, es wird ja auch immer darunter und darüber das Feld frei. Hier würde ich auf jeden Fall jetzt auch den freischalten, denn ihr habt keinen Verlust. Ob ich jetzt hier eine Kerze einsetze, ja, und dann wieder eine neue erhalte oder nicht, das ist im Prinzip egal. Zudem ist es so, so würde ich jetzt weiterspielen. Okay, das ist ganz interessant. Ich würde so weit nach vorne gehen, dass ich möglichst viel aufdecken kann, ja. Also hier würde ich jetzt zum Beispiel nicht hier aufdecken, sondern schon hier. Wenn ich jetzt aber hier was Interessantes finde, packt mich die Neugierde und ich gucke, ob ich das hier frei machen kann. Aber das hier würde ich im Prinzip schon mal freispielen. Okay, da ist eine Glühbirne drin, ja. Das heißt, ich würde oder ich könnte mich jetzt entscheiden, nehme ich jetzt eine Kerze, nehme ich jetzt ein Flashlight, um das freizuschalten oder nehme ich sogar eine Laterne. Auch das ist eine Option. Würde ich jetzt in dem Fall, ja, nee, die Laterne, die würde ich mir eigentlich hier unten gerne mal sichern, ja. Weil Laternen sind halt auch sehr stark, die hole ich mir hier schon mal. Jetzt komme ich hier gerade nicht weiter, weil ich müsste hier jetzt erstmal wieder eine Kerze einsetzen, um nach oben zu kommen. Aber wir haben hier noch eine Kerze, die nehmen wir also mal mit. Die Laterne hier würde ich hier einsetzen. Aha, da haben wir eine Laterne drin. Die schnappen wir uns aber nicht heute. Das ist wieder ein Calendar Reward. Den würde ich, ja, sammeln wir den ein oder nicht. Das ist jetzt halt die Frage. Ich möchte ja House of Soros Selection Kit, ne. Wie bekomme ich die eigentlich, diese Selection Kit, äh, die, die Dinger? House of Soros Selection Kit, okay, okay, great, okay, 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 Daily Special. Wie sammelt man die ein? Äh, das war bestimmt beschrieben. Das war bestimmt beschrieben. Wir gehen jetzt mal trotzdem hier hin. Ich lege das mal frei. Wir gucken mal, was da kommt. Okay, mhm. So, also an der Stelle würde ich jetzt auch nicht mehr, also nach vorne hin nicht mehr weiterkommen. Außer, ich sammle, entschuldigt. Ich sammle das ein. So, ich hol mir schon mal die Glühbirnen mit. Ich hab jetzt vier Stück. Hier liegt noch eine. Da kann ich mich immer noch drum kümmern. Wichtig, das Feld geht ja immer weiter nach vorne. Wenn die Sachen hier hinten verschwinden und die sind nicht freigelegt, kommt ihr da nicht mehr dran. Wenn ihr die nicht eingesammelt habt, das ist nicht schlimm. Die werden dann automatisch eingesammelt. Also da verliert ihr dann nichts. Ja, so. Ich hab jetzt hier wieder eine Kerze. Ich würde jetzt noch ein. Einen Schritt kann ich noch gehen. So, und jetzt würde ich auf den im Prinzip schon verzichten, wenn es denn so passiert. Ja, okay. Dann können wir auch mal einsammeln hier. Das tut uns ja nicht weh. Ja, nett. Ja, Kalender. Found already. You will receive a Joker sticker piece instead. Okay, ja. Also wenn ich das jetzt einsammeln würde, ich hab ja meinen Sticker für heute schon gefunden, dann würde das im Prinzip bedeuten, dass ich, kann ich den Preis sehen? Ah, ah, klar. Dann würde das bedeuten, dass ich im Prinzip hier ein Joker Stück bekomme, also ein Fünftel schon mal hätte. Wenn ich das jetzt morgen früh einsammle, dann wäre ich hier auf dem. Also in dem Moment, wo das im Prinzip, wo 24 Stunden vergangen sind, würde ich direkt den zweiten erhalten. Schauen wir uns mal die Preise an. Zweimal Horror Circus Selection Kit. Wir hatten im Sinn, acht Stück brauchen wir noch, wenn wir die Quests durchgespielt haben. Dann wären es noch sechs. Dann bekomme ich jetzt direkt beim ersten Mal. Wenn ich durch bin mit 20 Glühbirnen einen, dann sind es noch fünf. Ja, also ich denke, das Ding komplett voll zu bekommen, ist kein Problem. Wie gesagt, das Haus des Horrors, das würde mich eigentlich aber viel, viel, viel mehr interessieren, als das. Dann, um es einfach nur komplett zu machen, gibt es noch 200 Forgepunkte, 100 Güter und Harlequin als Portrait. Okay, ja, ich weiß es nicht. Aber ich muss jetzt sowieso gleich los. Ich habe ein bisschen Zeit zum Überlegen, mir geht nichts verloren. Ich werde die Einstundenquests gleich starten, das heißt, dann bekomme ich auf jeden Fall nochmal 40 Tickets. Ich muss noch ein bisschen einsammeln hier, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Das könnt ihr ganz gut machen. Also wenn ihr Münzen, wenn ihr plötzlich Münzen braucht, oder man kann auch mal gucken, ob in der Gags irgendwie was zu holen ist. Das finde ich auch immer ganz, ganz easy. Ja, 2000 Münzen, als hätte man es geahnt. So, kämpfen wir mal hier ein paar Dinger. Zack. Muss jetzt natürlich nicht sein, dass ich jedes Mal Münzen erhalte. Aber, Gags muss man ja sowieso spielen. So, hier machen wir jetzt mal die halbautomatische Variante. Die tauschen wir noch gegen gebundene Einheiten aus, weil die kann ich ja nachproduzieren. Ich habe hier auf der Beta-Welt noch keinen Alcatraz stehen, leider. Also Alcatraz ist wirklich eins meiner Lieblingsgebäude. Von mir völlig unterschätzt. Lange Zeit, leider. Das können wir nochmal so spielen. Oh, jetzt habe ich Auto Battle gedrückt. Das ist nicht gut. Weil dann rennt der Reiter direkt nach vorne, wird angegriffen, wie man sieht, und zwar ordentlich. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz hier zuschauen. Nicht, dass die mir oben da noch an den Reiter will ich jetzt halt ungerne verlieren. Ich meine, ich habe bestimmt noch welche im Petto, aber... So, hier können wir jetzt angreifen. Die Agenten möglichst weit nach vorne ziehen. Den holen wir hier hin. Dann können wir hier gleich auch noch ein bisschen aufräumen. Möglichst weit nach vorne. Denn immer dann, wenn die Agenten angegriffen werden können vom Gegner, werden die auch angegriffen. Wenn das nicht so ist, dann sind es die anderen Einheiten von euch, die daran glauben müssen. Habt ihr gesehen, der ist rumgelaufen. Ja, der hat den angegriffen, der hat den angegriffen. So, der kam jetzt an keinen anderen Agenten dran und der Rest schon. So, jetzt schnappe ich mir erstmal hier die Dinger, die so ein bisschen entfernt sind. Da holen wir uns den mit. Da muss ich den angreifen. An den unteren komme ich leider auch nicht. Das ist keine... Die können wir hier machen. Da holen wir uns jetzt mal den. Dann, das ist meine... Ja, jetzt haben wir es geschafft. So, nichts verloren. Haben wir noch rumreißen können. So, jetzt schauen wir mal. Hier gibt es aber sowieso jetzt keine Münzen. Da gibt es einen Agenten. Und weil es so schön ist, machen wir noch ein paar Runden gemeinsam. Was haben wir hier? Oh ja. Also, wenn Artillerie in der Verteidigung steht und auch hier irgendwelche schnellen Einheiten, dann mache ich tatsächlich immer hier... Ach, das sind sogar gebundene Einheiten. Dann nehme ich tatsächlich immer diese Aufstellung. Denn wenn ihr sonst mit schweren Einheiten beispielsweise kämpft, dann dauert das zu lange, bis die mal drüben sind. Und diese schnellen Einheiten haben einfach den Vorteil, dass die eine extreme Reichweite haben vom Laufen. Man könnte natürlich im Zweifel auch mit Artillerie dagegen halten. Artillerie gegen Artillerie funktioniert. Vor allem, wenn ihr einen entsprechenden Kampfboost habt. Aber wenn der Gegner dann auch noch irgendwie so Pferdchen hat oder sowas, dann ist das nicht so cool. Weil die kommen sehr schnell an eurer Artillerie dran und greifen euch da an. Und das möchte man verhindern. Also das ist jetzt alles hier, dieser sogenannte halbautomatische Kampf. Habe ich mal extra ein Video zugemacht. Wie groß ist mein Kampfboost hier? Kann ich euch mal zeigen. Ah, 6000 Coins. Viel ist es nicht mehr. Noch 4000 ungefähr. Ich habe einen Angriff von 106% und eine Verteidigung von 121. Also es ist auch noch nicht so wild. Ich müsste unbedingt diese Weizenfelder da mal hin pflastern. Da könnte ich direkt bestimmt 50% mehr hätte ich dann. Das sollten wir heute uns noch zum Ziel nehmen, würde ich sagen. Das gucken wir uns mal an. So, Attack. Ja, da muss man immer aufpassen, nicht auf Autokampf zu klicken. Das ist halt, das kann dann, kann auch ins Auge gehen. Also es kann auch sein, vorne wird euch die erste Einheit auseinandergenommen. Und die Agenten verwandeln sich dann ja nicht mehr. Also dann ist wirklich jeder Treffer vom Gegner direkt, der geht ins Schwarze. So, jetzt können wir noch einmal, das würde ich sagen, nehmen wir noch mit. Hier können wir aber nochmal beherzt unsere zweimal schwer und Restagentenaufstellung verwenden. Die sind ein bisschen angeschlagen, aber das sollte, ja, gut. Ja, ja, gut. Haben wir halt. Ganz ohne Verlust geht es halt hier auch nicht. Kleine Sache am Rande. Bilde ich mir bestimmt absolut ein, aber ich mache es mittlerweile so, ihr seht hier ein Relikt. Ist jetzt nichts Besonderes, ist ein silberfarbenes. Die sammle ich immer erst ganz am Ende ein. Also wenn ich die letzte Stufe, das letzte Plateau erreicht habe, dann sammle ich im Prinzip die Belohnung hier ein. Und dann erst die Relikte. Ihr haltet mich bestimmt für total bescheuert, aber ich bilde mir ein, und das tut mir einfach gut, dass die Belohnungen besser sind. Also ich habe jetzt in der Gags, die ja seit gestern läuft, insgesamt, also ich spiele halt auf, weiß ich nicht, fünf Welten oder so, und auf fast jeder steht auch ein Reliktempel. Also ich habe bestimmt 800 Forge-Punkte durch den Reliktempel auf zwei oder drei Welten geholt. Und, ja, wie gesagt, haltet mich für bekloppt, es ist mir egal. So, hier produzieren wir natürlich direkt jetzt mal die Agenten nach. Hier habe ich, ja, die Freien noch, hier muss ich noch fünf Minuten warten. Ich muss jetzt aber auch dringend los. Deswegen beim nächsten Mal gerne mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert gerne, lasst ein Like da, Abo dürft ihr auch, ist auch nicht verkehrt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020